Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Grey's Prophecy. So, was wollte ich eigentlich? Ähm, ich hab keine offenen Quests. Und deswegen stehe ich wahrscheinlich vor Ihnen. Ja, wir haben zwei Requests, cool. Die Seite gibt es so ein bisschen mehr Gäste. Ich habe doch jetzt... Ne, habe ich noch nicht. Doch, ich habe ein Fahrrad, eben. Held? Aber ich kann es mitgenommen. Gut, ich war also nur zum Quest holen hier. So. Mhm. Ja, ist okay. Komm her, Magana. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Alter. So, hier war man eh überall schon. Das könnte man zulegen. Ja, nie. Ja, nie. Okay. und noch ab montieren na gut dann schauen wir mal rein hi oh shit moment na kommt sie ja na da kommt ja da kommt ja also keyboard a mouse left and right moves to pick left click to zum probieren holzkopf krieg ich mir nicht darauf haben wir haben mit sechs leder ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mehr ja war doch was wegen feilen war Da sind keine Regale, okay. Aua, den haben wir ganz übersehen. Du näherst dich da einfach so an? Wer hat einem das erlaubt? Danke. Oh, oh, Moment. Moment. War ich irgendwas? Nee, war ich gab es ja nichts. War eine andere Mod. Das Buch haben wir noch nicht. Gut. So. So. Ein Separé. Die Eingangstüre. Noch ein Separé. Gut, dann fangen wir in dem her an. Das Licht könnte man natürlich auch abmontieren. Passt. Okay. Ich könnte mal abmontieren. Das ist eine. Das ist ein. Das ist ein. okay das zählt schon mal nicht mehr dazu hier auch nicht interessant so und gut das war der laden das ist leicht dann. Mal lesen. Wie bei hätten wir nicht brauchen. Ist da nicht irgendwas, was wir vielleicht nicht kriegen machen? Ne, gibt's nichts. Okay, so. Ja, ähm, gut, dann machen wir mal die Quest. Eihoo. Mal nachher wieder zulegen. Achso, klar, ich hab's ja nur gemacht. Ich hab mich gefordert, dass hinten noch nix ist. Ja, ist ja kein Wunder. Ich hab's ja noch nicht gestartet. Hallo, gib mir deine Peile. Mann, blöd, ja. Gut. Wenn da keiner kommen will. Au. 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 Oh, hallo, Krabbler. So, reparieren wir es mal, sich jetzt halber. Hier wird es ja fertig. Oh, kommt her. Oh, hallo, Krabbler. Okay, so. Die zwei sind ja immer noch da. So, jetzt reibert haben wir es also. So, ich kenne mal, ob die zwei reinkommen. So, ich kenne mal von ja aus. So, ich kenne mal. So, ich kenne mal. So, ich kenne mal von draußen, ohne sich, äh, ohne hallo zu sagen. Und dann wundern sie sich, wenn sie einen Umdecker bringen. So, ich kenne mal. So, ich kenne mal. So, ich kenne mal. Weg. Ja, aber das ganze Papier brauche ich, glaube ich, noch gar nicht. So, der müsste jetzt auch wieder gefüllt sein, genau. Na gut. На gut. Ja, ich kenne mal. Ich werde das nicht mehr sehen. dann haben wir ja überall den geldautomaten haben wir schon nackt ja da war noch was am boden jetzt nicht das könnte man abmontieren ich weiß aber das ich bin nur 40 dann möchte ich eigentlich noch darüber schon so immer der schnell ab So, was hätte man gerne haben? Ein Jagdgewehr? Nein. Ein Hammer habe ich, glaube ich. Ah, der Schlagmann. Ah, warum nicht? Ja, hast du Aufgaben? Ähm... So, da hätten wir zwei Teile. 27. Gar nicht. Eine 6er Schaufel. Ähm... Ah, das ist nix. Da ist nix. Das ist okay. Ein Hammer. Wie kann man? Ja. Ja. Oh Oh. Ja, komm. Jetzt kommt ein paar Spar rein. Der Sessel haben wir da ja auch schon drauf, das passt ja. Gut, was haben wir noch? Werkzeug. So. Waffen. Tier ich mal. Das da kann rein. Alchemie kann das da rein. Wo ist eigentlich die Glaubwünsch? Ah ja, die war noch drinnen. Möchte ich ja schon wieder haben. Gut. So. Da kommen die Kartoffeln rein. Was ist hinten eigentlich? Warte, wir haben doch was angebaut. Haben wir das schon mal geerntet? Ah ja, wir haben es geerntet, aber nicht wieder angebaut. Gut. Damit könnte man sich in der Nacht dann beschäftigen. 5,5. Ist das besser. Da könnte man das reinstecken. Wie zum Beispiel. Wie zum Beispiel. Wie zum Beispiel. Wie zum Beispiel. Reparieren. 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 Ist das praktisch, dass man das echt mit Eisen reparieren kann? Nicht praktisch. So. Knochen. Wie schaut es mit meiner Rüstung aus? Gut. Die brauche ich noch nicht reparieren. Okay. Das ist natürlich schon wieder durch. Hättet dann was wo länger dauert. So. Und dann gehen wir weiter. So warte mal. Das könnte man schnell noch zwischendurch machen. Ja, das mach mal. So. So. Musste mal eben sein. Wenn wir schon dran vorbeifahren. Ja, doch. Ich hab Essen und Trinken hab ich mit. Hab einer paar Minern. Wir mobsen uns einfach die Post. 78. 80. 98. 108. 9. 8. 10. 10. 10. 9. 10. 10. 11. 12. dahin müssen wir nachdem es jetzt aber schon 16 Uhr ist werden wir das Haus vorher nicht tieren und da noch einmal machen aber bei dem wird es sich lohnen ist zumindest teilweise das ist gar nicht das Haus ok so gut das Haus ist das oder ja das Haus ist das das ist das ist das ist das ist so 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 ok unten müssen wir auf jeden Fall auch noch aufmachen da nehmen wir so so komm her danke danke ok ok so 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 so